In einer Stadt, die von Mauern geschützt wird. Liegt die wahre Gefahr innerhalb der Mauern. Resignation oder Rebellion. Entdecke eine Welt voller Magie und Geheimnisse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sprengt die Ketten und entflieht eurem Schicksal. Sprengt die Ketten und entflieht. Die Wahrheit liegt jenseits des Lichts. Werdet ihr die Mauern strengen oder euch selbst eine Brette legen? Im Namen der Bastion.